Moin Internet! Heute kam ein neues Video auf dem Live from Earth Channel raus und warum erzähle ich euch das? Live from Earth kennt ihr vielleicht durch Young Huren, ist ein Channel bzw. ein Kollektiv aus Berlin mit ganz interessanten Künstlern. Auf YouTube schaue ich mir gerne deren Musikvideos an, weil ich finde, das ist wirklich der heißeste neue Scheiß. Und genau wie jetzt hier auch in den Videos rauskam, Naru, was ich brauche, das kam heute raus. Ich habe es mir natürlich auch direkt angeschaut und überlegt, was kann ich da euch Neues beibringen anhand dieses Videos. Und viele der Effekte dürften euch aber bereits bekannt sein. Wir haben hier zum Beispiel Farbkontraste, kalt und warm. Hier wird mal mit den Bildformaten gespielt, Breitbild, Quadrat, Letterboxd, alles am Start. Hier ist er sogar mehrmals im gleichen Bild. Wie das geht, habe ich euch ja schon im KitKadi Video gezeigt. Könnt ihr hier über die Infobox nachschauen, wenn ihr nochmal wollt. Und was meine Aufmerksamkeit aber so wirklich gecatcht hat, das war dieser Shot hier. Seine Augen sind übertriebenst groß und ich musste echt schmunzeln, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, weil ich mir dachte, oh, das ist neu, das kann ich euch erklären. Leider passiert das nur einmal in dem kompletten Video, aber es ist total einfach nachzumachen, wenn man Zugang zu After Effects CC hat. Wir haben unser Footage in After Effects CC reingeladen. Bei der Aufnahme müsst ihr gar nicht viel beachten. Ihr solltet nur nach Möglichkeit nicht so viel mit euren Händen vor dem Gesicht rumfummeln. So wie hier ist okay. Wir wollen ja gleich unser Gesicht tracken und wenn da halt immer wieder mal Objekte zwischen Kamera und Gesicht sind, dann kann das für den Tracker unter Umständen schwierig werden. Das sollte aber gut funktionieren. So, ich dupliziere jetzt als erstes mal meine Ebene und schalte die untere aus. Die ist einfach als Backup, falls wir mal zurückgehen wollen. Dann, so, auf der oberen Ebene erstellen wir jetzt eine Maske und zwar sollte die möglichst oval sein und unser Gesicht beinhalten. So, und jetzt können wir hier in unser Tracker-Fenster gehen. Wenn ihr das nicht seht, dann schaut mal oben in eurer Dialogleiste Fenster und dann, ob ihr den Tracker aktiviert habt. Bei mir ist es jetzt hier rechts offen und wir können hier sehen, unter Methode ist schon ausgewählt Gesichtstracking, detaillierte Merkmale. Ihr könnt auch nur die Kontur auswählen und die ganz normalen Tracking-Methoden, je nachdem. Wir wollen jetzt aber die Augen vergrößern nachher und deshalb wähle ich jetzt hier detaillierte Merkmale. Und dann lassen wir das von After Effects tracken und ihr seht jetzt gleich, dass ja das schon ziemlich... Wow, das ist 2019. Die Gesichtserkennungsalgorithmen funktionieren einfach. Wahnsinn. Snapchat und Co. sei Dank. So, das ging recht fix. Das ist ziemlich cool, das ist mir aufgefallen, der Gesichtstracker funktioniert sehr schnell und effizient. Im Gegensatz zum herkömmlichen Tracker. Also je nachdem, was ihr in eurem Projekt tracken wollt, würde ich einfach mal den Gesichtstracker ausprobieren auch. Und jetzt sehen wir auch schon, was er macht. Und wir haben hier ein spooky Gesicht von mir. Sehr gut. Und deshalb habe ich das auf eine neue Ebene gemacht, denn wenn ich jetzt die untere Ebene einschalte, dann ist alles wieder wie... Wie vorher. Und wir können jetzt unsere... Unsere Deformierungen nur auf der oberen Ebene machen. So. Ihr habt jetzt hier unter Effekte ganz viele Tracking-Daten. Fürs linke Auge, fürs rechte Auge, für alle möglichen Punkte, die er getrackt hat. Wir werden gleich mit den Augen-Tracking-Punkten arbeiten, mit den Pupillen, um genau zu sein. So. Ich zeige euch aber jetzt erst, wie ihr die Augen schön groß macht. Babyface. Ihr braucht den Effekt verflüssigen. Und den zieht ihr auf eure obere Ebene. So. Und bevor wir jetzt irgendwas an den Parametern machen, müssen wir erstmal den Effekt anheften an die Tracking-Punkte, die wir vorher über den Tracker erstellt haben. Das bärt with me. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ihr werdet nachher verstehen, was ich meine. So. Wir brauchen hier den Verzerrungsgitter-Versatz. Hier ist die Stoppuhr. Wir halten die Alt-Taste gedrückt und klicken auf die Stoppuhr. Dadurch öffnet sich hier unten in den Effekten, öffnen sich hier die Expression-Einstellungen. Und wir brauchen nämlich jetzt unter Verzerrungsgitter-Versatz diesen kleinen, im Englischen heißt das Pick Whip. Ich weiß nicht, was das deutsche Pendant dafür ist. Wir brauchen das Lasso. Wir müssen das jetzt verknüpfen. Das ist ein Seil, mit dem wir diesen Parameter an einen anderen Parameter verknüpfen können, sodass die immer unisono sich bewegen quasi. So. Jetzt gehen wir nochmal hier um unsere Gesichtstracking-Punkte. Und ich würde jetzt den kompletten Effekt einfach an die linke Pupille heften. Das mache ich, indem ich hier nochmal runter scrolle, bis ich auf den Verzerrungsgitter-Versatz komme. Jetzt ziehe ich von hier eine Linie bis zu dem Parameter linke Pupille und lasse los. Und der hat jetzt für uns die Expression schön da reingeschrieben. Und wenn wir jetzt hier oben mal durchscrollen, sehen wir hier, dass die Zahlen nicht mehr blau sind, sondern rot. Und dass sie sich auf jedem Frame verändern. Das heißt, dass unser Verzerrungsgitter, wo wir gleich jetzt unsere Verzerrungen reinmalen werden, dass das sich mitbewegt mit der linken Pupille. Und das bedeutet ja dann auch im Prinzip, wenn wir jetzt hier zum Beispiel mit unseren Tools, zum Beispiel mit dem Aufblasen-Tool, das funktioniert sehr gut für Augen. Wenn ich jetzt hier einfach mal reinmale, dann seht ihr schon, das Auge wird groß. Also ich klicke. Es ist wie bei Microsoft Paint eigentlich. Ich kann hier drin rummalen. Und das Coole ist, dadurch, dass ich das jetzt ans Verzerrungsgitter getrackt habe, läuft der Effekt mit den Augen mit. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würde ich, sobald ich hier, sobald ich mit dem Kopf hier ein bisschen zur Seite oder nach links oder rechts gehe, wäre der Effekt halt auch verloren gegangen, weil diese verflüssigen Effekte dann nur statisch angewandt werden. Gibt das einen Sinn? Kann man dem Ganzen folgen? Es ist auch eigentlich gar nicht so wichtig, dass ihr versteht, was da drunter passiert. Hauptsache ist, ihr müsst es erst tracken und dann könnt ihr hier alle möglichen Sachen machen. Ihr könnt wirklich richtig creepy Shit machen. Und es bleibt trotzdem auf dem Gesicht, weil sich das Verzerrungsgitter anhand unserer Tracking-Daten an der linken Pupille ausrichtet. So, ich werde das aber hier nochmal zurücksetzen, denn wir wollen ja wirklich nur die Augen ein kleines bisschen aufpumpen. Das könnt ihr dann, je nachdem, mehr oder weniger akkurat machen, aber das ist im Prinzip schon alles. Also fassen wir nochmal zusammen. Wir haben unser Footage importiert. Es dupliziert eine ovale Maske um unser Gesicht gelegt und unser Gesicht dann getrackt. Mit Hilfe dieser Tracking-Punkte haben wir dann den verflüssigen Effekt angewandt und das Verzerrungsgitter anhand dieser Tracking-Punkte ausgerichtet. Und dann müssen wir eigentlich nur noch unsere gewünschte Verzerrung reinmalen und das Ding ist bombenfest getrackt. Easy, oder? Auf diese Weise könnt ihr natürlich noch einiges anderes an euer Gesicht hängen. Ihr könntet zum Beispiel mal eure eigenen Snapchat-Filter basteln oder ihr könnt euch Sonnenbrillen digital aufsetzen, was ihr wollt. Der Effekt ist relativ einfach gemacht und er ist sehr, sehr vielseitig. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Und wenn ihr das letzte Tutorial anschauen wollt, dann könnt ihr das hier machen. Und wenn Musikvideos auseinandernehmen voll euer Ding ist, dann abonniert gerne diesen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Das war es für diese Woche. Komplizen over and out.